Herzlich Willkommen zur 202. Folge vom Kerbal Space Programm. Ich gehe davon aus, dass wir diese Folge dann auch gleich wieder einen Fehlversuch sehen. Und zwar den Fehlversuch, dass wir mit unserem Gerät... Sarditenrakete ist es die? Ne, Orbitalrakete oder wie wir das... Ne. Das ist nicht die, oder? Das ist nicht der, sondern wahrscheinlich die, ne? Oder? Wenn man jetzt wüsste, welcher der letzte Flug war, ne? Ja, können wir nachher irgendwas anderes sortieren hier? Ja, war Satellitenrakete oder war das irgendwas mit Orbit... Polar... Ne, war schon... Ich glaube, das war schon einer von diesen hier. Und der da muss das sein. Dieser hier ist es. Okay. Genau so ist es. Das ist unser Objekt, was wir brauchen oder was wir eigentlich nicht brauchen, ne? Ja, komm, zack, fliegen. Ja, das Ding ist im Endeffekt wahrscheinlich auch wieder zum, wie gesagt, schon Scheitern verurteilt, ne? Ja, wir machen mal das hier los. Weil wir müssen dann doch schon zusehen, dass wir hier die Solarpanels auf jeden Fall hinkriegen, ne? Damit wir steuerbar bleiben. Und wenn wir das soweit haben... Dann müssen wir eigentlich nur gucken, dass wir die Kiste erstmal umdrehen, weil... Wir sind ja nun mal falsch rum unterwegs, komischerweise. Wir fliegen so rum und das soll so rum sein. Irgendwas haben wir beim Start wohl falsch gemacht. Ich weiß nicht, was... Weil eigentlich bin ich genauso gestartet wie sonst auch nur... So eine kleine Erklärung hatte ich glaube, da, ne? Ja. Ist halt so. Und ist jetzt auch nicht schlimm. So, jetzt müssen wir das Gerät nur Aero in unsere Flugrichtung bringen, beziehungsweise in die Gegenrichtung. Ich weiß jetzt auch nicht, wofür dieses Dreieck da ist. Gucken wir mal, dass wir das mal gerade ansteuern. So, kurz da geschaut. Was passiert, wenn ich jetzt Gas gebe? Dann passiert was? Jetzt vor allem die Periopsis kleiner. Wir sollten vorspulen bis hierhin. Das macht Sinn. Und dann einfach mal Vollgas geben, ne? Oder? Und dass wir das dringend umdrehen gedreht kriegen. Stopp, das wird jetzt größer anstatt kleiner. Das wurde doch erst kleiner, oder? Keiner weiß genau was, ne? Das bedeutet, wir müssen nochmal 180 Grad drehen. Aber da ist ja auch die Marke. Das bedeutet, wir müssen einfach runter gerade. Es sind so viele Markierungen hier. Da ist auch noch einer. Da sind wir ein bisschen zu schnell gewesen. Einfach wieder abbremsen. Und da jetzt Vollgas, dann wird das kleiner. Sollte es sich drehen und dann sollte es wieder gehen. Bis es wieder größer wird, ne? Eigentlich. Machen wir doch einfach mal. Und da ist das alle. Und. Ach so, wir haben noch nicht. So, jetzt geht's weiter. Jetzt schauen wir mal, was es noch geht oder nicht geht, ne? Das ist jetzt unser Test halt. Und wird schwierig. Würde ich sagen. Was für eine Höhe haben wir denn? 172 könnte aber noch was werden. Aber wenn, dann ist es auch nicht schlimm. Weil das war sowieso ein verkorkstes Ding jetzt, ne? Ist halt noch ein Versuch. Irgendwas hinzukriegen. Wie weit kann man mit so einem kleinen Satelliten jetzt was erreichen noch? Aber ich glaube. Das Ding drehen wir nicht mehr um. Dafür sind wir zu schnell. Dafür ist der Kleine dann doch nicht stark genug. Dieser kleine Satellitenantrieb. Geht hier irgendwas? Ich glaube nicht, ne? Ne. Druckdaten gehen auch nicht. Temperatur haben wir bestimmt auch schon gemessen. Alles ist gemessen. Bringt also nix. Da ist die andere Stufe. Wir müssen ja jetzt so rumfliegen dann. Da lang. Und wir arbeiten dagegen, ne? Aber das wird nix mehr. Da stürzen wir da irgendwo ins Wasser. Dem ist dann so. Da ist der kleine Satellit da. Aber wir können mal gerade noch den Auftrag angucken. Frachtraum auf dem Satellit. Wieso ist hier kein Röder Haken dran, ne? Das ist jetzt komisch. Hier ist doch unser Frachtraum, oder? Muss man den aufmachen, ne, ne? Wartungsbucht. Es ist kein Frachtraum. Das ist jetzt die Frage, warum ist da kein grüner Haken? Das ist das nächste Problem, also. Das kannst du ja dann auch wieder vergessen, oder? Was wäre unser Frachtraum gewesen, ist dann die Frage, ne? Oh, er kommt doch auf Land jetzt runter. Und das ziemlich schnell, ne? Aber der wird vorher verglühen, bevor er den Boden erreicht, würde ich mal sagen, ne? Na, gucken wir es uns an. Also das waren schon mal die Dingens. Photovoltaik ist schon mal weg. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Der ist der hier nicht schon verglüht. Der ist nicht verglüht. da wäre ich jetzt aber von ausgegangen. Krass, oder? Ist der dagegen rudert? So, da sind wir am besten, ne? Aber der wird sogar langsamer, oder was? Wie besaft hat denn der noch? Na, der ist gleich alle. Strom ist auf jeden Fall genug da. Hier, guck mal, der hält gleich an. Nein, nicht wirklich, aber ist schon eine Sache, dass der das abbremst, hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay, die Kiste ist natürlich vielleicht auch nicht so ganz so schwer, ne? So, jetzt ist da Sabbat. Wow, mit einem Knaller ausgegangen. Das fand ich ja jetzt interessant. Cooles Feature. Kriegen wir noch irgendeine Datensammlung? Antenne ausfahren. Einsatz würde Teil zerstören, okay. Druckdaten protokollieren, geht nicht. Müsste das Schneiden beobachten. Ja. Geht aber auch nichts. Temperatur müsste doch ziemlich hoch sein, oder? Aber geht auch nichts. So. 3000 Meter noch. Die Kiste ist total langsam unterwegs. Wird noch langsamer. Der Antrieb war gar nicht der, der es langsam gemacht hat, sondern einfach nur das Teil des langsamen. Ja, aber bringt uns nichts, ne? Machen wir mal einen Tacken schneller. Noch schneller. Und dann ist der Satellit gelassen. Oh, ist sogar noch was übergeblieben. Der hätte jetzt nicht mit gerechnet, ne? Ich wäre davon ausgegangen, dass er komplett kaputt geht. Oh, da kriegen wir so ein paar Punkte. Experiment behalten. Temperatur gibt es leider nix. Barometer. Auch nix. Okay, aber wir haben so ein paar Punkte gleich. Ein bisschen Geld ist geblieben durch die Sache. Aber war äußerst schlechtes Ding, halt. 0,2 Wissenschaftspunkte. Das war es dann im Endeffekt, ne? Das, was schief gelaufen ist. Aber der Frachtraum war immer noch ein Problem, ne? Das ist nicht schön. Laden wir mal. Wo ist die Kiste? Orbitalrakete, war die das? Ne, war das nicht. Hieß ja nicht Orbitalrakete. Ratellitenrakete hieß das, ne? Oder? So, und was mich jetzt irritiert ist halt, dass wir hier dieses hier ist ja nix drin, oder? Und dann waren wir mal näher ran. Öffnen, da ist leer. Wartungsbucht. Wartungsbucht ist kein Frachtraum. Es gibt aber nur Wartungsbucht und nur Wartungsbucht. Was ist mit Frachtraum gemeint? Ist mit Frachtraum eine Kapsel gemeint, oder sowas? Mhm. Die Kapazität der, äh, jetzt wäre schön, wenn ich das Ding jetzt auch, ne? Lesen könnte. Aber das kann ich nicht. Würde da ein bisschen runterscrollen wollen, ne? Ja. Wie soll ich denn da scrollen? Da kann ich nicht scrollen. Klick, Maus, zwei. So schauen wir, Info, okay. Was will der jetzt als Frachtraum? Gute Frage, nächste Frage. Ja, das ist natürlich jetzt schlecht, ne? Landebüchse. Landebüchse. Kuppelmodul. Das sind riesen Dinger. Hex. Kuppelmodul ist riesengroß. Das wäre noch relativ klein. Ja, weiß ich auch nicht. Da muss ich nochmal recherchieren. Da sind wir jetzt erstmal raus aus der Nummer, würde ich sagen. Nicht speichern. Gehen wir ins Zentrum. Und ich würde sagen, wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann macht bitte ein Abo. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann gebt einen Daumen hoch, obwohl da war jetzt nichts Tolles dran, ne? Aber trotzdem, damit es weitergeht, könnt ihr mir das trotzdem dann machen. Dann freue ich mich. Ja, und sonst würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. 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 Ich bedanke mich fürs Zuschauen.